Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Honning Ground. In der letzten Folge haben wir ein kleines Schieberätsel gelöst und hinterher auch gleich mal ein Reflexionsrätsel. Also das war schon sehr, sehr Story-progressiv hier. Gameplay-progressiv, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Für den nächsten Abschnitt brauche ich einen kleinen, flauschigen Vierbeiner. Mag sich denn vielleicht jemand von den Zuschauern dazu bereit erklären, mein Kushi-Wushi-Doshi zu sein, mein kleines Wuscheltier? Hat da jemand Bock drauf? Keine Sorge, ich fütte euch auch. Vielleicht nicht so oft. Auch nur wenn ich gerade Lust und Zeit habe, aber ich mach's. Ich mach's. Ich krieg doch Streicheleinheiten von mir. Denn mein momentaner, vierbeiniger Freund scheint ja nicht so wirklich begeistert von mir zu sein. Vielleicht hab ich auch irgendwo außer Sehen eingeschlossen. Kann ja mal passieren. Hoffentlich hat er nicht irgendwo in die Ecke gestrullert. Auch dann wiederum ist vielleicht doch gar nicht so schlimm. Moment, wo komm ich denn... Wie? Wo ist hier der Ausgang? Moment, das war doch links. Genau, das ist doch der... Ah, ja, ja, ja. Klar. Logisch. Es muss hier irgendwo... Er kann mir ja gar nicht folgen wegen... Oh, nein. What the fuck? Können die... Da so schräg hoch? Ja. Oder? Die brauchen, glaub ich, keine Leiter, oder? Der kann nicht hoch wie in den Leitern. Dementsprechend müssen wir... Fuck, 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 fuck. Er müsste oben sein. Anders geht's gar nicht. Da, 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 da. Wir schon so weit im Spiel sind. Scheiße. Ja, und jetzt kann der Hund uns natürlich wieder folgen. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo bin ich dort, bin ich da. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt. Nie die Jahre gezählt. Nie nach gestern und morgen gefragt. Ich würde gerne diese Tür zumachen und meinen heißen Körper mit dem Ding hier verschmelzen. So, dass ich Ruhe habe. Schätzungsweise. Ja. Dann liegt es vielleicht wirklich daran, dass wir schon so weit sind, dass der jetzt ein bisschen aggro geht. Denn er weiß. Er weiß, was ihm jetzt gleich blüht. Sofern wir uns denn mal wieder mit unserem Hund vereinigen können. Jetzt könnt ihr noch anrufen. Und könnt euch melden und als Hund quasi bei mir anmelden. Ihr dürft auch die Leine aussuchen. Da habe ich nicht so wirklich, äh, bin ich hier nicht so wirklich irgendwie fixiert. Ob das jetzt eine pinke Leine ist, eine Leine mit Stacheldraht, aus Stacheldraht oder aus Latex. Könnt ihr euch aussuchen. Das ist mir egal. Okidoki, mit etwas Glück. Ist der Hund vielleicht jetzt hier? Hund! Hund! Hundi! Hundi! Wau, wau! Hundi! Wau, wau! Hundi. Wow, wow. Hundi. Wow, wow. Come on. Der Hundi. Da ist der Hundi. Oh nein, der Hundi hat Verstärkung mitgebracht. Warte mal, ich müsste doch jetzt eigentlich links lang. Diese fucking luminescenten. Ihr wollt mich doch alle trollen hier. Na gut. Lass mal erstmal hier reingehen. Und schätzungsweise ein bisschen Zeit totschlagen. Oder schätzungsweise auch einfach darum herumlaufen. Ne. Hier bin ich in einer Sackgasse. Fuck. Ja, ansonsten sechs Folgen habe ich gemacht. Das ist glaube ich Folge 12. Also dann auch wieder sechs Folgen. Fortschritt mäßig würde ich sagen, dass wir das hätten auch in einer Stunde, sag ich mal, mehr schaffen können. Also bin ich leicht bestürzt. Was aber auch eher daran liegt, dass das Spiel leckt und ich die ganze Zeit verfolgt werde. Also, von meinem Orientierungssinn bin ich jetzt nicht so ganz negativ gestimmt. Das finde ich, fand ich bisher jetzt in Ordnung. Okay, sie sind weg. Let's go! Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Superstarke Hero Turtles. Jeder kennt die... Oh Gott, wo kommen die denn her? Immer auf der Lauer. Komm schon! Sie sind echt ein ultra heißes Team. Äh, starkes Team, glaube ich, ne? Na, Logo. Wenn sie gegen Axt und Schrecken ziehen! Gott, es war im Februar, als ich das gesungen habe. Mittlerweile ist es schon wieder fast so weit, ha? Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, holen! Komm doch mal mit! Alter, ich, ich schwör' euch, dieser Köter! Okay, wir sind am Anfang! Gut! Aber trotzdem. Es geht auch durchaus besser! Mit dem, ups! Jetzt hab ich die ganze Zeit auf den linken geachtet. Hab den recht nicht gesehen. Oh nein, wo ist er? 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 Reif an! Er hat mich gesehen. Mach die Tür zu, mach die Tür zu! dann gewinnen wir wenigstens 0,2 Sekunden Zeit plötzlich gerade beschwert ist, das hat viel gebracht greif an greif an gut Hundi, wau wau Hundi, wau wau lasst uns trennen noch, dass er uns vielleicht in Ruhe oh mein Gott oh das war ja heftig genau in die Falle Richtung gelaufen nee ich denke, ich laufe jetzt gleich wieder in einen, in den Sand, oh nein okay, ich glaube, ich muss heute was nehmen ich habe ja dann, glaube ich, ein bisschen hier bekommen Kamille verständlich verlorene Lebenskraft, nee es ist eher so Mundus es war irgendwas Gutes war das Lebenskraft oder Panik ich glaube, es war Lebenskraft bin schon wieder falsch gelaufen ja, weil ich bin jetzt auch schon ein bisschen beschädigt hier oh Gott, er ist so schnell fuck das ist jetzt ein bisschen doof ja, es ist ja eher so die lange Route das war jetzt, äh ich setze jetzt nichts ein ich glaube, es lohnt sich nicht, oder? dann wiederum scheiße ich glaube, ich müsste die Rätsel nochmal machen ich kann während der Leiter nicht scheiße scheiße, scheiße, scheiße ja, nee, ich habe es mir anders überlegt ich will leben ich will leben ich will nicht sterben so wie Robin damals ich will leben rettet mich Strohhüte Lavendel ja, spritz dir schnüffel dir friss, mach irgendwas was hilft ah, da ist ja auch der Hundi äh, mach die Tür zu close the door show me the way ja, mittlerweile weiß ich, dass es nicht shit, sondern shu heißt nur im japanischen haben sie es ausgesprochen warum auch immer äh, gut, das ist jetzt meine einzige Möglichkeit ja ja du debiles Stück Scheiße bald, bald ist es vorbei mit dir ich glaube, er will einfach noch länger im Let's Play bleiben kann es sein der Bastard der ist so aggro oh nein alter, der Luminesand, ne ich, ich geh jetzt ich steh jetzt nicht auf der Luminesand würde mich penetrieren ich warte sicher jetzt aber noch kurz ab ja, schau ihn dir an ich glaub scheiße der Luminesand wird nicht weggehen gut meine, meine Taktik ist jetzt zu hoffen dass sich der Dibiditas immer näher entfernt dass er dann den Luminisanden Aufprall nicht hört wenn ich ihn dann abkriege das ist sehr riskant aber was anderes kann ich jetzt auch nicht machen ok vielleicht hab ich auch ein bisschen Glück ok, ok oh god das sind sogar zwei sind das immer noch die zwei vom Fullen? holy shit oh nein Hughie ich dachte, du kommst noch mit raus komm mit raus nein oh god synchron als wenn das seine Pokémon wären äh ach, deswegen hat Hughie keine Zeit für mich er ist Pokémon Trainer geworden als ich fucking Volto Bälle gefangen kommst du jetzt? Dankeschön nein, nicht was machst du denn, Bitch? du sollst dir nicht die Dinger da anschauen sondern die Tür zu machen Mann alles arbeitet hier gegen mich nein, nicht die oh, jetzt wollte ich es tatsächlich anklicken ach, ihr könnt mich alle mal ganz ehrlich so jetzt, jetzt kannst du wie mein armes kleines Ding wird den ganzen Tag getreten und man läuft da rüber ich glaube, das Ding ist tot bin mir aber nicht sicher was weiß ich schon, Alter wieso sind die auf einmal hier so alle so in der Vierzahl, Mann oh wird jetzt schwören können dass er mich nicht trifft na gut äh, wo waren wir stehen geblieben? links oder rechts? ich glaube, das war rechts nein, das war links fuck Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Mann, 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 Mann er weiß, dass sein Ende nahe drum versucht er uns aufzuhalten null, 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 null wir werden hier gleich nämlich einen krassen Bosskampf haben den wir auch tatsächlich auf zwei Arten jetzt komm doch mal rein nein, ach scheiße, er ist schon drin tut mir leid mein Fehler alter ich habe jetzt schon leicht eine negative Einstellung zu diesem Hund weil er mir nicht wirklich so gut gehorcht ja, den Bosskampf können wir auf zwei Arten machen wir können ihn einmal K.O. schlagen und einmal töten je nachdem endet das kriegen wir dann tatsächlich ein anderes Ende das Ende ist jetzt nicht so äh anders aber es hat einen kleinen ich sag mal, es hat was 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 interessantes und ich möchte das gerne drin behalten drum werde ich natürlich das gute Ende an ähm streben und ihn K.O. boxen wobei ich weiß nicht ob das schwieriger ist ich glaube das nimmt sich beides nicht so viel zumal wir auch hier sag ich mal ducken und ausweichen können was ich leider nicht so gut kann hm ich habe doch glaube ich jetzt gespeichert ne der Fahrt ins Jenseits ist der Weg der Dunkelheit der Weg zu Darth Vader geht nicht ohne einen Führer ja, seht ihr damit ihr euch nicht in der Dunkelheit drinnen verirrt geht nicht ohne Hitler dies muss etwas bedeuten aber was wir kommen leider ein bisschen zu spät aber vielleicht akzeptieren sie ja, schön in den Rücken gebänselt vielleicht akzeptieren sie auch mich oh nein fuck off wenn ich den Hund jetzt getroffen hätte wäre das schon ein bisschen lustig gekommen ja und zwar gibt es hier Löcher am Boden aber der Huey sieht ja eh den ganzen Tag schwarz-weiß von daher der fühlt uns jetzt mal hier so ein bisschen vielleicht führt er uns eines lieben langen Tages ist wenn er denn mal Bock hat Problem ist, dass wir hier auch verfolgt werden können oh ja das hat sich gut angehört der Leck der Leck da ist sie weitergelaufen obwohl ich gar nicht weiterlaufen wollte Perspektive ist halt ein bisschen schwierig ich könnte es natürlich auch ohne irgendwie schaffen wenn ich es im Kopf hätte was ich nicht habe ich habe ja oft nicht viel im Kopf Gott Alter so dumm so so dumm Akta es Fabuler ach ja der Leck der ungehorsame Hund das muss alles nicht sein Leute scheiße Vertrichtung ich meine ich mich hetzt ja keiner ja mach doch ich habe begriffen dass da was ist ist das geskriptet muss er erst 500 mal denn okay wieso geht er jetzt da lang ne er wollte mich einfach nochmal von hinten sehen glaube ich okay gut jetzt vielleicht jetzt geht er da lang okay trust in the dock ich hoffe der bullshittet mich nicht wahrscheinlich links und rechts ist da so ein bisschen Platz in der Mitte ja nicht so guter Hund so jetzt nochmal so jetzt nochmal nicht hinsetzen go go ich meine ich meine man könnte hier theoretisch auch die Video-Segmente wo es krass leckt vorspulen damit es gar nicht so auffällt aber dann würde meine Stimme ja auch schneller wirken also dürfte ich in den Segmenten vielleicht gar nicht reden also es wäre machbar macht er gerade den Moonwalk den Seitwärtswalk aber naja so guti also einmal links einmal rechts beziehungsweise jetzt rechts und links naja einmal müssen wir da leider noch lang sofern wir den Bosskampf überleben let's go lul 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 ja und zwar hier müssen die ihn dann damit erschlagen wenn wir ihn nicht töten wollen ansonsten halt nur so lange mit dem Hund rauf bis er halt stirbt ja und mit den Füßen auch schön nachtreten hier sind da ein paar Buchstaben also währenddessen während der Hund ihn angreift hinterher treten bringt ja nichts an den Suchenden nach dem geheiligten Verfahren von Aris gehorche dem Willen von Hermes göttlichem Stock und eile zu der geheimen Treppe ja was auch immer du mich auch ein Stock hm merkwürdig rede doch von dem Stock den ich im Arsch hab ich wette dass das etwas mit dieser Göttinnen-State zu tun hat gründlicher durchsuchen nee lass einfach nach Hause gehen oder ja hier natürlich wieder schönen Fanservice herzlichen Glückwunsch Saturn-Schlüsse Saturnus-Schlüsse oh ja da kann ich ja vielleicht mal was für ein anderes Let's Play spoilern äh bei Galerians Ash da ähm mussten wir da gibt's auch in den späteren Folgen so ein Sternen Sternen-Warten-Rätsel und da musste man Saturnus eingeben und da musste man erstmal drauf kommen dass also wir mussten die quasi die lateinischen Namen der Planeten eingeben und ja gut Saturn heißt im lateinischen anscheinend Saturnus also das war auch so ne Sache na gut na gut ja weil mich eine Tür ja auch bis jetzt aufgehalten hat eine verschlossene Tür ja gut Leute ich würde mal sagen äh das war's heute mit Let's Play Hunting Ground Henny hat ja gerade geklingelt wie passend wie passend ähm in der nächsten Folge werden wir die dann schutzungsweise fertig machen ja müsste schon irgendwie gehen in diesem Sinne bis zum nächsten Mal see ya